Portugal gegen Deutschland, mein Tipp ist, etwas niedrig werde ich machen, von Deutschland gegen Portugal, Portugal gegen Deutschland, wegen, ich weiß, Portugal sehr stark sind, gleich wie Frankreich, aber langsam muss ein Unentschieden her, muss ein Unentschieden her, wegen, Portugal gegen Deutschland, mein Tipp ist, etwas 1 zu 1, und das ist mein Tipp, 1 zu 1, Portugal gegen Deutschland, 1 zu 1, und das ist mein Tipp.